Linie Auswechselung Was ist denn das? Also jetzt wieder aus Pass auf War ich das so? War ich das so? Easy Start Abschleißer Ok, jetzt springen wir auf, weiter Okay, jetzt springen wir auf, weiter Easy Easy Okay Okay So 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 Da muss ja irgendwas kaputt sein. Ticket zu. Ach guck mal. Hier ist das nächste Level. Goll, alles klar. Hier ist das nächste Level. Das ist ein Mixer-Wick. Oh mein Gott! Das hat doch nicht gesagt, da müssen ich nur schnell geschluckt, bis zumal die Partei kommen Da ist jetzt ein Secret Level Da ist jetzt ein Secret Da unten Da oben So, da ist jetzt Level Da oben So, da oben Ich schade So. Okay. Perfecto. Okay. Einschleißer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wieso machst du nicht eine Pause? Ich stehe darauf. Möchtest du das Spiel verlassen? Nein. Ich stehe darauf. So. 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 Dann müssen. So. Dann machen wir das. So. 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 Pass auf. Der X-Post muss ein paar mal kleiner 1.0. Der X-Post muss ein paar mal kleiner 1.0. Ach nee, warte, Y muss größer 1.0. Das heißt, warte, hier darf er erst gar nicht ankommen. Dann muss man hier nach direkt so rüber. So, pass auf. So, und jetzt machen wir den hier. Machen wir den X-Post perfekt. Machen wir den X-Post. Machen wir den X-Post. Pass auf, der Schlüssel muss so So, jetzt können wir das hier nochmal runtersetzen Ich mach den X-Boss jetzt mal minus 10 So, minus 10 Jetzt So Ich glaub so sollte es gehen Nee Das war komplett falsch Nochmal Nochmal So Pass auf Jetzt machen wir das nochmal X-Boss Minus 10 So Und wenn ich jetzt das einmal so setze Warte Warte, setze Y-Post auf minus So So der Y-Post ist jetzt Höher Das ist das was Was quasi Für diesen Dingens der richtige Weg ist So Jetzt Müssen wir Den Post hier so setzen Ich hab schon wieder verkackt Ne Weil Der Post Muss ja dann so Ach Scheiße Pass auf Dann gibt es noch einen Post So 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 5 Reichen Jetzt setze ich das nämlich so Halt Das setze ich so Das setze ich so Das so Dann das so Das so Das so Und das so So Jetzt hängt er nämlich da in dieser Schleife Und ist jetzt auf Minus getrennt So Und wenn ich jetzt da Quasi Ähm Dann Von hier Wieder nach hier Dann sollte Genau Jetzt geht er runter Perfekt Möchtest du das Spiel verlassen? Nein Alter Was ein Rätsel Na Was haben wir hier Ich habe dir gesagt Dass du Eine Pause machen Sollst Ich brauche hier Mehr Zeit Du bist nicht Bereit für den Postkampf Lass mich Lass mich einfach Ein paar Weitere Level Programmieren Ups Nur ein Tippfehler Warte Da Da Das Pro in die Eile. Das fehlt auch. So, weiter. Jetzt ist der Loop nach hier. Das kommt hier rüber. Warte, es tat er größer als 9 irgendwas. Das heißt, der Loop ist erst gar nicht da, sondern der ist erstmal hier. Die S-Tater wird da größer und nicht größer. Warte, warte, warte. So wird die, äh, also so. Jetzt müsste klappen, oder? Ne, halt. Ich muss da nicht mal wirklich mit dem Loop arbeiten, fällt mir gerade auf. Also doch, muss ich schon. Hier kommt halt der Dinges-Loop rein. Ne, warte, hä? So. Der Loop kommt hier hin. So. Pass auf, das kommt hier hin. Und dann kommt das hier hin. So, jetzt müsste es immer höher werden. Oder auch nicht. So, warte mal, wenn ich das jetzt so mache. Jetzt Loops. Jetzt passt es. So. Halt. So. Ähm. Jetzt haben wir das so. Das Pfeil brauchen wir nicht. Also doch, erstmal ja. Aber sobald wir drüber genug sind, brauchen wir es nicht mehr. Ja. Denn, jetzt können wir einfach, wegfloppen. Bam. Ja. 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 Warte. Ja. 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 der Zug heim. Der Zug hat einen großen 1,99. Ach! Der Junge! Wenn ich jetzt ein Dauer-Loop hin kriege, dann ist das doch gut. Ach, ich muss die B-Data erst ändern. B-Data größer 1,99. B-Data größer ist hier. Aber wie wird es das hinkriegen, die B-Data zu ändern, wenn, guck mal hier, hier ist minus B-Data und hier ist Plus. Sobald ich den Loop so umstelle, pass mal auf, sobald ich den Loop so umstelle, geht er doch? Oder? Warte mal. Warte, machen wir mal so. Wir machen erstmal die A-Data voll. So. A-Data voll. Sobald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020